Haben Sie vielleicht Lust auf Sushi, aber nehmen Sie nicht diese grüne Soße, die ist wahnsinnig scharf. Ich dachte, vielleicht so als kleine Wiedergutmachung, weil Sie mir die Unterlagen gebracht haben, die ich unbedingt noch brauchte. Aber halte ich Sie da nicht von der Arbeit ab? Wissen Sie, eine bessere Ablenkung kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen. Okay. Wissen Sie, eine bessere Ablenkung. Jetzt schütten wir nur noch die Soße. Und jetzt schütten wir nur noch die Soße in den Ausguss. Die Fragen verschwinden. Vielleicht ist das der Sinn, einfach zu sein. Dass alle Fragen aufhören und mit ihnen die Zeit.